Pass auf, wir kommen dann. Wir hier. Was? Komm schon! Einschlag, zwei Schläge, drei, noch einer, noch einer! Willkommen zu einer weiteren Survival-Games-Aufnahme zusammen mit Mr. Ungespielt! Das bin ich! Hallo! Hallo Simon! Na, dein Kopf macht komische Sachen! Das ist mein Kopf, das ist mein... Pass auf, in wenigen Sekunden geht's los und ab... Du nimmst die linke Kiste, ich nehme die rechte Kiste. Okay, linke Kiste. Am Ende des Videos gibt's übrigens noch mal eine kurze, was wir gerade eben aufgenommen haben, was ziemlich fail abgelaufen ist. Zurück, zurück, komm jetzt zurück ins Haus. Ins große Haus? Geh ganz schnell hoch und hau bitte nicht, geh ganz schnell die Leite hoch. In das ganz große Haus und in das rote Haus? Nein, in das linke Haus, das hier ist meine Rute, pass auf. Okay, ich hoffe, in der dir her. Dieses Haus hier. Soll ich dann aufs Dach gehen? Nein, ja genau, merkt ihr das Haus einfach. Merkt ihr einfach das Haus. Okay, ich geh... Ja, jetzt aufs Dach, genau, aufs Dach gehen. Weil wir haben gerade eben schon aufgenommen, da waren so einige, so Fail-Sachen dabei. Oh, war nix wichtiges drin. Ah, kacke. Ne Axt! Ne Axt! Ne Axt! Er wird mich stillten, er wird mich stillten, er wird mich stillten! Hau ihn, hau ihn kaputt! Ich bin in ihn! Ah, komm schon, ich stirb doch! Hau ihn kaputt, hast du ihn kaputt gehauen? Ja, komm her! Ich hab noch eine kleine Axt. Ich bin fast tot, Junge! Ich auch! Das war sauknapp! Komm, los, dropp sie mir schnell, dropp sie mir, dropp sie mir, dropp sie mir, dropp sie mir. Hier, ich hast nen Helm für dich. Ich hab auch nen Helm. Das war sauknapp, ich muss jetzt erstmal mein Leben regnen, ich kann jetzt nicht weiterlaufen. Ja, hoch. Aber wir brauchen mehr Sachen noch. Ok, da kommt jemand hoch! Pass auf! Steff, 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 Steff! 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 Steff, Steff, Steff! Steff, Steff, Steff! Er kommt hoch! Ne, er geht raus. Ah, ok. Aber wir klatschen jetzt auch. Da unten, da unten der! Rauf, da? Ja, warte, der hat nen Schwein getötet. Ja. Rauf. Ja sicher? Ok, wenn du sagst. Ich mein... Hä? Beeil dich einfach, komm jetzt. Wir gehen auf den Hügel. Einfach auf den Hügel, komm jetzt. Das ist der Hügel, der... So gut sind wir jetzt auch nicht. Ja, ich hab so... Direkt auch Kisten suchen, weil da sind normal... Nein, nein. Ja, erstmal hier auf den Hügel jetzt. Ich hab sau wenig Herzen und ich hab äh... Ich hab keine Rüstung, also das wird... Es sieht nicht gut aus für uns. Es sieht nicht gut aus. Ah, komm, wir machen aus dem Unmöglichen was Mögliche hier. Oh, ich hab ne Rüstung und ein Schwert. Ja, siehste? Pfff... Was läuft für mich so? Leider nicht gerade, aber... Weiß gar nicht, wo du bist. Also ich bin hier oben. Ganz oben auf den Hügel und dann rechts halten. Wir gehen jetzt rechts. So Richtung Bahnhof, genau. Siehst du mich? Da sind auch Kisten. Da kommen jetzt noch zwei Kisten. Was war in der Kiste drin? Äh, nichts. Nur Essen und... Da kommen noch mehr Kisten. Da kommen noch mehr Kisten. Da kommen noch mehr Kisten. Und keine Rüstung nicht mal. Da ist noch ne Kiste. Noch ne Kiste? Rüstung und Bogen. Kannst du nicht Bogen? Geh mich auf Pfeile. Hast du Pfeile? Ne, ja. Okay, gut, 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 gut. Aber ich hab noch kein Schwert! Mh, Mann. Sind noch was? Ne. Ich möchte noch was finden. Ich brauche noch ein Schwert. Da hinten ist noch was. Oh, noch einer. Äh, ich hab noch vier Pfeile. Okay, drop einfach. Kannst du dir geben. Und da oben sind noch mehr. Nochmal nochmal nochmal. Ja, ja. Sachen, 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 Sachen. Oh, da kommen wir ja gar nicht ran, oder doch? Doch. Was? War aber nichts drin, was ich dir geben könnte. Alles für mich. Ich bin hier. Da oben ist noch ne Kiste. Da können wir was holen. Ne, hier links, hier links, hier links, links. Da unten ist einer, da unten ist einer. Lass ihn klatschen, klatschen, klatschen. Ja, ja. Ich komme. Ah! Da oben hinter dir einer, hinter dir. Den killen wir, den killen wir. Ne, das ist, das ist Nilo. Ja, Nilo, der, 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 er macht jetzt so. Aber er hat uns eben gekillt, deswegen. Ja. Spacko. Nein, das ist Spaß. Ne, ist okay, Nilo. Ne, aber, ich finde auch mehr als Zweierteams ist ein bisschen unfair. Ja, also bitte kommt nicht immer an. Ne, bevor jetzt irgendwie jemand sagt hier, oh ihr habt den gekillt, obwohl er mit euch Frieden machen wollte. Das hat ne längere Geschichte. Also wir haben eben schon ne Runde mit denen gespielt. Und, äh. Da hat er uns unnötigerweise angegriffen, sodass er nur selbst gestorben ist, aber wir halt auch gestorben sind. Gernst du auch? War voll die gute Runde. Mann. Den, dann macht die Beine kaputt, komm mit. Ich laufe hinter dir. Ja, zack. Das war voll gefährlich von dir, Mann. Ich versuche ihn ja zu killen hinter dir, aber ich kann's auch nicht, ich hab auch nur ne Steinachs. So stark bin ich nicht damit. Aber ich versuche ihn zu killen. Ja, der läuft weg, der läuft weg. Komm hinter mir, komm hinter mir. Ja, ich komm. Ich komm. Da ist noch einer. Ja, bist du hinter mir oder nicht? Ja, ja. Und dahinter ist noch jemand. Was? Da kommt jetzt einer. Dreh dich um und wir klaschen jetzt Beine. Dreh dich um. Was? Junge, der hat ne gute Schwert. Ja, und? Aber ungespielt kommt von hinten. Und da ist er. Oh, ich klasche ihn tot. Oh, jetzt haut er auch noch ab. Weckladier, ich hab nicht in meine Schussbahn nur laufen. Und du rennst genau in meine Schussbahn. Du machst genau das, was ich gesagt habe. Ich wusste, dass du in meine Schussbahn laufst. Das macht nämlich jeder, der... Bevor er hört mir spiel... Du hast das gesagt, du merkst dir immer. Ich bin nur geradeaus gelaufen. Nie in meine Schussbahn laufen. Nie. Ich bin nicht eingelaufen. Du weißt, dass ich gebogen habe, der hätte jetzt sterben. Der wäre jetzt gestorben. Der fehlt noch ein Schuss. Du bist in... Du bist in meine Laufbahn. Hast du geschossen da. Nein. Und du hast mir die Pfeile eben nicht gedroppt. Die Pfeile von eben, wo du gesagt hast, ich aufs Pfeile. Du hast mir nicht gedroppt. Ja, weil... Weil du nicht neben mir standest. Doch. Einfach da, wo du liegen hast, droppen. Ich bin schon tausendmal an dir vorbeigelaufen seitdem. Und der hat nen Bogen. Und der hat nen Bogen. Und der hat nen Bogen. Geh zurück! Jetzt. Ich geh klatschen. Ich klatschen. Ich klatschen. Ich klatschen. Komm, den klatsch doch. Geh durch. So ein Bonus, dass man erst so aufbauen muss an Geschwindigkeit. Rechts. Geh rechts. Ja, mach ich ja. Ist meiner. Oh, jetzt pass auf. Ich werde ihn versuchen zu treffen. Irgendwann erstmal hier. Oh, ich hab ihn getroffen. Dadurch... Ja. Oh nein, den da. Hättest noch ein bisschen gelaufen. Ich hab ihn. Der hat nur Sterne bekommen. Der wurde nicht rot. Er hat aber Sterne bekommen. Das ist so ein Bug irgendwie. Kann das sein? Oh, ich hab ihn auch nicht getroffen. Nein. Er ist doch fast tot. Oben ist noch einer. Ich hab keine Pfeile mehr. Hättest du mir die Pfeile eben gegeben, ne? Soll ich die geben jetzt? Ja. Nein, jetzt bringt's nichts mehr. Jetzt sind wir in der Verfolgungsjagd. Jetzt kannst du mir die Pfeile nicht geben. Ah, kacke, Mann. Wieso waren denn so lang sprinten? Hör mal auf, da. So, ich hab einen getötet. Das war ein Steinschwert. Okay, super. Ich bin immer noch hinter dem Heer. Ich muss essen. Kacke. Beschreib, wo ihr seid. Beschreib, wo ihr seid. Ja, er ist ja stehen geblieben. Ich bin einfach gerade ausgelaufen. Ja, beschreib die Umgebung, damit ich weiß, wo ihr seid. Wald, Gräser, Blumen, Pilze, ein bisschen Stein muss sein. Wir sind gleich an der Eisenbahnstrecke. An der Eisenbahnstrecke, okay, gut. Ich komm zu dir. Bei dieser Brücke, bei dieser komischen Brücke. Ja, ja, ich komm zu dir. Ich komm zu dir. Auf der rechten Seite der Schlucht. Jetzt direkt auf dem Weg da ran. Noooo! Ich schlag! Dena, dann lauf lieber weg, wenn du denkst du hast keine Chance. Jetzt, jetzt geh ich hin. Oh. Ich wurde hinter mir geschlagen. Ich werd geschlagen, ich bin tot. Dena, nein, 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 Dena, nein. Da war hinter mir einer. Ich werd die beide zermeilen. Das ist ein Team. Ach so, die beiden sind ein Team, glaub ich. Oh man, weißt du, ich klatsch ihn und verfolge einen ewigen Klatsch. In dem Moment ist einer hinter mir plötzlich. So ein Scheiß, echt. Mist, Mist, Mist. So. Fertig gemacht. Hat der Pfeile? Oh nein, jetzt hab ich das Problem, dass ich die Sachen aufsammeln muss hier. Hast du gute Sachen? Hab ganz gute Sachen, ja. Ganz brauchbare Dinge. Ja, und Pfeile. Pass auf, da ist einer. Meinst du den da? Vor mir? Ja. Ist mir klar, weil der Typ, der ist ja der, der uns die ganze Zeit verfolgt hat. Er denkt jetzt mit dem Pfeil, gegen mich zu kämpfen. Ob das nicht ein Fehler ist von ihm? Na. Schon gleichwertig. Jetzt läuft er. Okay. Den schnapp ich mir jetzt. Egal was passiert, ne. Du hast den da getötet, Junge. Und weißt du, was das bedeutet, dass du den da getötest? Ja, aber es sei hinter ihm. Ey, manchmal kriegt man selber Pfeile rein, wenn man Pfeile abschießt. Der hatte ich grad niemals abgeschossen. Das war irgendwie Bugs. Ich hab ja auch mehrmals so einen Schlag gegeben, der wurde nicht rot, als den ich verfolgt hatte. Na, verdammt, 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 verdammt. Egal, ich schrei jetzt raus von Spider-Dinner. Ich werde dich erst mal rechnen jetzt. Pass auf, wir kommen an. Wir hier. Was? Komm schon. Ein Schlag, zwei Schläge, drei, noch einer, noch einer, noch einen Schlag. Oh, das war so knapp. Und Deathmatch. Oh mein Gott, ich konnte die ganze Zeit nicht treffen. Oh nein, ich hab Essen weggeschmissen. Oh Gott. Ich muss essen, ich muss essen, ich muss richtig viel essen. Schnell, ess doch was. Ich hab, ich könnte ein Eisenschwert bauen. Habe ich, habe ich Sticks? Keine Sticks? Hat der Sticks gedroppt? Ähm. Nein, hier sind auch keine Sticks. Aber das sind Eisenschuhe. Okay, ich kann leider kein Eisenschwert bauen. Ich könnte fast ein Eisenschwert bauen. Puh. Angst ist... Oh, Fazit. Da liegt eine Eisenrüstung als Brustharnisch. Nein, verdammt. Du hast jetzt eingesammelt, du hast gerade die Eisenrüstung eingesammelt. Wechsel sie. Ich hab aber die Schuhe, hab ich wegge... Ich hab die Schuhe, aber... Oh nein. Wechsel erst mal Eisen. Ja, genau. Ja. Oh, jetzt... Jetzt muss ich vereinen. Jetzt kein Fair Kampf. Klatsch dich einfach weg. Scheiße. Oh Gott, ich hab komplette Eisenrüstung. Weil einzige... Aber ich hab jetzt kein Eisenschwert. Ich könnte... Oh, verdammt. Ich bin kurz davor ein Eisenschwert zu craften, aber jetzt leider. Einzig wirklich fairer Kampf ist, wenn du sofort einmal rauf gehst. Nee, nee. Ich hab aber kein... Ich hab kein volles Leben. Ach, wehe. Es ist ein Team. Nein, es ist ein Team. Ich wette mit euch. Es ist ein Team. Einer geht da hinten weg und... Einer geht auf mich. Geht auch nicht. Nee, ist glaub ich kein Team. Zumindest gehen sie nicht direkt gegeneinander zusammen. Ich... Ich werd verlieren. Der hat auch nur ne Angel. Ah, es ist ein Team. Ah, es ist ein Team. Es ist ein Team. Nein. Komm schon. Dreh dich um und klatsch ihn. Los. Klatsch ihn. Das schaffst du, schaffst du, schaffst du, schaffst du, schaffst du, schaffst du, schaffst du. Ja, jetzt kommt der andere auf mich drauf. Ja, ich weiß. Der andere kommt jetzt auf mich drauf. Ja, das ist aber kein Team, glaub ich. Doch, ich glaub das ist ein Team. Die haben die gleiche Skin. Die haben die gleiche Skin. Dann wird ja noch mehr. Geh nach links weg. Jawohl. Äh, hast du genug Essen, dass du regeneriert? Ich hab gar keine Pfeile. Ich hab gar keine Pfeile. Ah, nee. Stopp. Ah. Okay, jetzt ist ein Team. Oh Mann, das ist so unfair. Jetzt verlier ich im Finale gegen ein Team. Oh Mann. Leute mit einer Angel. Ja, doch ist ein Team, so wie sie laufen. Das stimmt. Sollen sie mal gegenseitig angreifen? Das ist so unfair. Wait. Wait, 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 wait. Äh, question. Oh Mann. Ja, kein Ding. Schaffst du nicht mehr. Jetzt ist der eine stehen geblieben. Oh Mann. Ja. Dein Kills. Lauf, 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 lauf. Ja. Sehr geil. Ja. Der hat ihn voll gehittet. Noch einer. Oh. Klatschen, klatschen, klatschen. Klatschen. Ich bin fast tot. Ich brauche was zu essen. Ja, klar. Der hat nur eine Steinachse. Der hat nur eine Steinachse. Der hat nur eine Steinachse. Jetzt hat er eine Eisenrüstung angezogen. Aber er hat kein Schwert. Er hat kein Schwert. Oh Kacke. Nein. Ich bin hängen geblieben. Ey, siehst du? Nur nicht so ein blödes Team. Ich habe auch einen von denen gekillt. Die waren richtig schlecht. Ich habe 110 Punkte verloren. Ey, Leute. Ihr seid so schlecht gewesen. Ohne Witz. Und egal. Ich habe euch fertig gemacht. Ey, aber ne. Ihr habt mich fertig. Loll. Siehste? Ja. Ja, gegen so ein Team wieder. Weil die im Finale keine Ehre haben. Egal, Leute. Ich habe wirklich alles versucht. Leute, es war eine schöne Runde. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns da. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr davon haltet, wenn ihr alleine gegen so ein Team am Ende im Finale kommt. Und ihr könnt ja mal schreiben, ob ich da gut gekämpft habe, wo ich nicht gut gekämpft habe und so. Und. Ja. Alle ist Noobs. 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 Fast so schlecht wie ich. Ja, das Problem ist. Wenn wir zusammen ins Finale kommen würden, dann werden wir immer 2 gegen 2. Weil, ne. Das ist ja immer Team. Ich wette, nächste Runde werde ich wieder sein und du bist tot. Ja, ist okay Nino. Ich geh schon wieder ins neue Lobby. Okay, Leute. Also, dann. Ja, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann schreibt doch einfach mal in die Kommentare. Deathmatch. Schreibt einfach Deathmatch in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss. Tschüss.